Ja, schönen guten Tag bei Salgard. Ich zeige euch heute mal, wie ihr zu Eisen kommt. Zuerst geht ihr in die Farmwelt, buddelt da ein bisschen rum und sucht euch halt so eine schönen Blöcke rum. Danach baute ihr euch einen schönen Ofen. Wenn ihr den Ofen fertig habt, packt ihr unten ein bisschen Holz rein und oben packt ihr das Eisenerz rein. So, und dann lassen wir das schön köcheln und danach kriegen wir ein theoretisch gleich Plopp-Eisenbahn. Die Eisenbahn können wir da rausnehmen und dann könnt ihr Eisen schaufeln, Schwerter etc. pp. bauen. Wenn ihr mehr so eine Video sehen wollt, Daumen hoch. Tschüss!